Das ist meine große Scheune. Es gibt viele Tiere, die in dieser Scheune leben. Draußen schlafen auch ein paar Tiere. Hier sind meine Schweine. Ich habe ein rosafarbenes Schwein und ein schwarzes Schwein. Wenn sie groß genug sind, werden wir sie schlachten lassen. Daraus können wir Wurst, Schinken und Bacon machen. Wir haben nur eine Kuh. Diese Kuh ist eine Milchkuh. Das bedeutet, wir müssen jeden Tag sehr früh aufwachen und sie melken. Dann benutzen wir die Milch, um Butter und Käse zu machen. Und wir trinken sie natürlich auch. Auf diesem Bauernhof haben wir nur ein Pferd. Das ist ein Rennpferd. Während der Woche trainieren wir. Am Wochenende fahren wir zur Pferderennbahn und nehmen an einem Rennen teil. Wir haben ein paar Hühner. Von ihnen bekommen wir Eier. Neben den Hühnern sind die Schafe. Einmal im Jahr scheren wir die Schafe. Wir verkaufen die Wolle und eine Firma in der Stadt macht Decken und Teppiche daraus. Jetzt werde ich ein Puzzle mit meinem Sohn zusammenfügen. Wir sprechen zusammen über die Tiere auf dem Puzzle. Ja, das hier ist ein Hahn. Sag Hahn. 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 Und wo sollte der Hahn sein? Cock-a-doodle-doo. Der Hahn sagt auf Englisch Cock-a-doodle-doo und auf Deutsch sagen wir Kikeriki. Cock-a-doodle-doo. Schaf. Und wo sollte er sein? Oh, was ist das? Ein Schaf. Und auf Deutsch? Wir sagen Schaf. Schaf. Genau. Schaf. Und es ist ein Schaf. Mhm. Was ist das? Ein Hund. Hund, genau. Und das ist das deutsche Wort. Ja? Was ist das englische Wort? Dog. Dog. Ja. Hund und Dog. Auf Englisch sagt er Wuff-Wuff und auf Deutsch sagt er Wau-Wau. Er bellt. Ja? He's barking. A dog. Dog. Aha. Das ist deine Ente. Und ich glaube, wenn das ein Mann ist, dann ist das ein Ente-Rich. Was ist denn das? A cat. Ja. Und auf Deutsch sagen wir Katze. Die Katze miaut. Was ist das? A cat. A cat. Und auf Deutsch sagen wir ein Schwein. Was ist das? A cow. Und auf Deutsch eine Kuh. Eine Kuh. Eine Kuh. Was ist das? A horse. A horse. A horse. A horse. Und auf Deutsch sagen wir... Liebe. Nein. Pferd. 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 Genau. Was ist das? A Hund. Ja. Der Hund bellt. Mägel. Vi interference. Waage méger. Und hier verenden. Das ist derzeit eine Aufstenbereide. Entschmerz nicht blended. Und das ist die Onze Gemeins Nitrat. Das ist der schönsten in Tom als Mensch Grarez-U. Wirят lange ohne Nach Technologie. Dingeraad Mona. Das ist is das schönste. Das ist schönste losb Untertitelung des ZDF, 2020